Okay. Ich muss da hin. Ja, Chicken, hättest du mal weitergeworfen. Egal, ich kann ja bestimmt super mega weit springen. Das schaffe ich. Äh, das ist eine Plattform. Jump! Und wieder auf dem Türrahmen gelandet. Das will ich jetzt wirklich sehen. Und das ist die umgekehrte Schwerkraft. Tschüss, Safe! Wir werden dich niemals vergessen, Safe. Was soll ich jetzt mit deinem Safe anstellen? Ah, es gibt zwei Saves. Ich bräuchte aber noch einen dritten. Oder ich fliege einfach mit einem anderen mit. Aber wenn ich den einen werfe und den schon mal vorschicke, kann es passieren, wenn ich mit dem zweiten fliege? Er hat der erste da, den ich berühre. Ich müsste beide also gleichzeitig. Wie soll denn das gehen? Ja. Wo soll ich jetzt hier sterben? Aber ich komme nicht mehr zurück. Kann ich mich nicht selber als Gewicht benutzen? Ne, hab ich nicht super mit dir, Chikorin. Gluck, 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 gluck. Dann schicken wir am besten einen Save vor. Du wirst niemals die juckenden Stoppeln eines versuchten, jedoch misslungenen Bartwuchs zu spüren. Wir sind wunderschön stehen geblieben. Wieso? Ich habe doch jetzt beide Saves. No problemo, no problemo. Kann passieren. Passiert mir auch jeden Tag. Eigentlich nicht. Ja, ich bestünde hier mal eine Zerstörungswut. Nö, nö. Das ist vollkommen normal. Ich stifte nur Chaos, Discord. Ah, Glückwunsch. Ach, das ist der Generator. Das ist eine Türe. Ich rieche Flugstunden. Eine Treppe. Ja, hebe ab. Hebe ab, hebe ab, hebe ab. Ah, ich sehe schon. Das ist eine Türe. Gut, dass es da an der Stange abgeblieben ist. Ah. Ah. Das läuft das eigentlich nicht. Ja, ne. Chicken ist halt Rebelle und löst Dinge auf andere Weise, als wie sie vorhergesehen sind. Warum sollte ich uns suchen, mit dem Safe hier gegen die Scheibe zu schlagen, wenn ich hier die anderen Möbelstücke habe? Okay. Was machst du? Ganz sanft Dinge darunter schieben. Muss ich da ein Safe hinkriegen? Und dann dorthin rüberfliegen? Was machst du? Oh. Okay. Easy schon. Dann lass uns losfliegen. Also bisher habe ich noch nicht ge... Na gut. Checken, wofür wirst du die schwere Dimension brauchen, wenn da hinten der Generator ist? Weiß ich nicht. Warum vor allem noch die leichte? Die flauschige Dimension. Abflug! Und... Autsch. Gegen die Rohre. Ja, Reinigungskraft feuern immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch. Ich musste eigentlich ziemlich tief fliegen und dann am Ende so... Flup! Da habe ich meinen Schwung verloren. Du wirst niemals im Lotto gewinnen! Aber seien wir doch mal ehrlich. Das war ohnehin schon ziemlich unwahrscheinlich. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher vom Blitz getroffen zu werden. Also ich wurde jetzt nicht im Real Life vom Blitz getroffen, aber in Minecraft wurde ich schon mal vom Blitz getroffen. Ja. So, niedrig bleiben. Hier hoch und... Ich komme jetzt zu spät auf die... Ja, mit Life Crisis. Oh! 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 So! 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 Aber ich habe die Zeitlupe nicht. Diesmal habe ich mal Fingern auf der Zeitlupe. Ja, ne, ist klar. Soll ich jetzt da durchfliegen, oder was? Na gut, mit Zeitlupe kann ich ja durchlaufen. Aber warum die Saves? Warum die Saves? Ja, Glückwunsch, ne? Warum fand ich jetzt eine gute Idee, auf dem Laufband zu stehen? Ach, da oben muss ich hoch. Okay. Ich kann dich auch gleich aus dem Fenster schmeißen. Hm. Muss ich auf dem Ding stehen? Dann, wenn ich da auf der oberen Seite jetzt da oben, dann da rüberspring? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schon ein bisschen Angst? Warum, Chicken? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Du wirst niemals eine Reihe depressiver Kommentare für ein Videospiel verfassen. Oder bekommen. Das wäre einfacher, wenn ich die leichte Dimension hätte. Also die flauschige. Aber wenn ich dann schaffe, den Safe hier rüber zu kriegen, werfe ich den Safe einfach von da oben? Hm. Weil angenommen, ich kriege den Safe hier rüber. Würde das nicht ausreichen, wenn der Safe dann hier ist? Und ich die umgekehrte Dimension anschalte? Was ist denn noch? Höher. Ups. Ja, dann wird sie mal als Obdachlosengeld verwalten. Oder zumindest hier, dass er hier landet, der Safe? Was ist denn noch nicht? Ja. 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 Vielen Dank.